die geiler aus Halli Hallöchen und willkommen zurück und so ja finde TROY wir gehen in die große Kammer in die große Kammer in die große Kammer jetzt habe ich wieder keinen Countdown wie sieht es bei dir aus? ich auch nicht The Great Falls Klassenmodes erhöhen deines Skills und Werte haben wir noch die, laden noch die, laden noch die, laden noch die Texturen sie haben geladen ja, ein bisschen haben sie nur gebraucht ja gut, ein bisschen brauchen die immer Position markiert ja, war falsch da war nix hauptsache ich hab mal was markiert das ist aber cool übersehen ne, doch nicht ja, ich glaube hier gibt es gerade nix Tennis, der Kammerjäger hat den Iridium-Nachschub unterbrochen wo kriegt TROY diese Energie her? ich habe eine Theorie, aber sie wird dir nicht gefallen, Lille mir gefällt es auf jeden Fall nicht er nutzt Tyreen er sagt die Kraft seiner eigenen Schwester aus, um Elpis aufzuladen Kammerjäger du musst TROY ausschalten, das ist der einzige Weg Piss haa Elpis hey, wir synchronisiert ey, wir können doch mal verkaufen und kaufen ist das nicht schön, Faye? viel Spaß mit den erst mal Ammo kaufen ja, das hab ich mir auch gerade gedacht so erst mal Ammo kaufen ordentlich Ammo kaufen und dann geht alles ja, das hab ich hm, das kann weg das kann weg das kann weg das kann weg der hat nicht so einen großen Radius, macht aber mehr Schaden, die Granate Sniperian-Granate Sniperian-Granate heilt Schilde um 30% verursachten Schildschaden äh, heilt Schilde Feinde lassen etwas Geld fallen, wenn sie Schaden erleiden Langbro-Granaten teleportieren zum Ziel was denn? ich hab fertig verkauft ja, ich überlege gerade nur, ob ich eine andere, äh, äh andere Granate reinmach ich mach mal eben 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 so, ich hab die Granate mal genommen jetzt hab ich wieder das hier so, alles andere hab ich nicht ok jo, dann 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 liebefähig gehen los ich will aber nicht ruller da mit dir los du bist immer zuerst Tyreen oh ja darauf hab ich gewartet Troy aber nur Troy mehr nicht oh brennen oh, wieso hat der mich gemacht? weiß ich nicht ist er wieder da? naja der ist gleich down ne? oder? nö war der gar nicht hier das sind die Zwerge hab ich auch gerade gemerkt ach scheiße aber du kannst auch die Kugeln wegschießen glaub ich die Börse d m das sind die aber denn der hat es immer auf mich abgeguckt das ist voll super ja der hat es immer auf mich abgeguckt ich muss mal eben bis hin hier ja der ist hinter mir ja das ist gut besser auf dir als hinter mir Aua ich hab den mal ein bisschen eingefroren Aua bin auch dabei oh die Kugeln sind zu ätzend ne ja besonders äh da bist du endlich mal fertig oh ne warte das bist du wieder da? ne ne warte 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 ja ich versuch grad die kleinen zwei ja das ist gut aber ich kann nicht die wiederholen jetzt oh der ist noch immun kann das sein ja ja der ist grad immun ja aber die kleinen zwerge die müssen wir glaub ich auch erst weg bringen ah ne wir müssen diese Dinger da aufschlatt machen da los 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 auf den Sack, ne? Mh. Du bist sehr bossfrei. Spüre meine Macht. Spüre meine Macht. Ich muss mal eben hier... Naja, alles gut. Oh, Vorsicht, der ist wieder in so'n Ruhemodus. Wir müssen diese Noviz-Dinger für dich machen da. Hab ich... Wir müssen jetzt eigentlich... Ah ne, da ist noch einer. Wir müssen jetzt wieder kommen. Doh da? Nein, wir müssen wieder kommen. Ja. Wir haben es fast, Tyreen. Zeit zu zeigen, was ich dir aufhabe. Boah, Alter. Na eben Heilung. Naja. Warte. Hier. Geht das damit auch? Du bist ein bisschen geheilt von meinen Viechern. Weiß ich nicht, aber ich habe hier... ...sind überall heil von den Viechern. Ja, die lassen immer was fallen. Oh, warte. Ja. Bist wieder da, alles klar. Wo ist er? Warte. Ja, mein Enkel war... Habe gepumpt. Hätte du mal auch gerne. Ja, der ist schon wieder im Mond. Das heißt, auf die Dinger jetzt schießen, die sich hier bilden. Da, auf diese lila Dinger. So, der müsste jetzt wieder kommen. Da, da... Oh nein, Herr vom Kaug! Ich kann den nicht wiederholen, da musst du kommen, also Ich hole ihn wieder Oh, jetzt bin ich leider down Wäre gut, wenn Herr vom Kaug nicht stirbt Ah, ich bin aber selber wieder gekommen Ich denke wieder auf mich Ich habe die Viecher getötet hier Ja, der ist Hälfte runter Oh 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 oh, au Über die Hälfte ist der runter Na, da geht wieder zu, ja Heißt, die Dinger bübeln sich jetzt wieder Oder? Ne, doch nicht Okay, haben sie sich diesmal nicht Wieder gewählt Aua Kritisch, 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 kritisch Ja, ich muss mal eben warten, das ist eine Ja, ich schau, hau dem, hau dem ganze Zeit ins Gesicht Oder schieß ihm halt die ganze Zeit ins Gesicht Das mach ich ja mal mit dem Schnellfeuergewehr Mann, ich mach meine Special-Fähigkeit immer zwischendurch Jetzt muss ich mal ein bisschen warten Jetzt muss ich mal ein bisschen warten Uuuuuh Ja toll Gut Ja, er ist immun Er ist gerade immun Ja, weil wir denken, guck mal, wie weit wir denn schon Ja, ja Ich sammle nochmal einmal munitionsmäßig was Was? Au, au, au Au, au Gehen wir auf Tupfüllung Na, wie wär's? Ich habe die Übelinie auf Tupfüllung, äh, junger So Schieß den direkt ganz ein ins Gesicht, ey Oh, Vorsicht Gehen wir auf Tupfüllung Ja, das war's Au Bleibt da ruhig stehen, Junge Aua, nicht zu mir Nein Haben wir hier Oh ja, da haben wir noch welche So, sind wir da Wir sind mal ja nicht da, Mann Ja, die lassen Heilung und so immer gern Ja, Kohle kommt von meinen Bomben Zu spät, Kamadi Das war's Der ist fast down Jetzt ist er down Ja, geil Meine Wrecks eben reingehauen Wir 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 Hatten es fast Ah Endlich Sind Sie tot? Äh, scheinbar ja Äh, ja Äh, ja Diese Kräfte gehörten nie wirklich, Troy Die hat ja auch nichts gesagt Und jetzt sind sie bei der wahren Besitzerin Jetzt Toree sitzt zum Beispiel Tennis Achso, ja, ja Die stehen dir, ey Das sag ich aber nicht Oh, okay Aber, was ist mit dir? Es ist vorbei Nur das zählt Ja So ganz leise Wow Schau Wunderschön Angst einflößend, aber wunderschön Hier, Eva Nimm du ihn Die große Karte Und? Wo willst du jetzt hin? Oho Was zum Teufel? Du hast es geschafft, Troy Lass es uns gemeinsam beenden Da zieht sie dem die letzten Kräfte noch raus Das gibt's ja nicht Die alte Mistmade Könnt ihr das auch spüren? Unter uns erwacht ein Gott Dem wir die Ketten abnahmen Bald wird der Zerstörer frei sein Und mit seiner Kraft Werde ich der einzige Stern am Himmel sein Alter Schwede! Wir sind live! Naja, die nicht. Die sind super tot. Oh, ihr dachtet, dass ihr gewinnt. Vielleicht nächstes Mal, Superfan. Oder auch nicht, das sagt man nur so. Game over, ihr Trattel! Bordelands 3. Das Ende. Sicher. Bernd Hofes Ende. Fortsetzung folgt in Borderlands 4. Ja, habe ich ja gesagt. Jetzt. Sehr gut gemacht, ich liebe das. Ich mag das. Ich mag das. Ein bisschen veralbern, ein bisschen schocken. Wo du denkst, wie Borderlands 4 ist. Das hat echt funktioniert. Du lernst schnell, gut gemacht. Okay. Mein Gott hat die Lillis einen Klack hinter. Oh, Entschuldigung. Musste einfach mal gesagt werden. Hey, du Drecksau. Was ist die große Kammer? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Was habt ihr getan? Dass man die Wärme sammeln? Verlohung! Keine Ahnung, mir egal. Erstmal wird hier gelootet. Mir doch egal, von wem hat der Echo ist da. Erstmal müssen wir looten hier. Hey, die rollen wir weg. Das Echo nehme ich noch nicht. Weck mich. Erst wird gelootet. Ja, es wird gelootet, dann wird geschutet. La 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 la. Und alle Waffen schon mal nachladen, weil es einfach nur so, weil es kann. Einfach nur, weil es richtig ist. Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ich habe auch alles. Ja, komm dann. Äh, untersuch du das Echo mal. Vielleicht ist das besser. Dann hörst du auch was. La 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 la. La 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 la. Das Echo, ja. Hier ist Amara. Verstanden. Ja? Wie hast du das... Weißt du was? Ach, es ist egal. Hier spricht eifernde Leon. Hör zu. Siehst du diesen irren Lichtstrahl, der durch den Himmel rast? Ja, sicher. Ja, sicher. Na, das bedeutet, die große Kammer öffnet sich. Und wenn sie das tut, sagt Pandora, leb wohl. Wenn du also deine Heimat retten willst, schwing deine Nachricht. Arsch nach Nick und der Feo. Sofort! Jawohl. Hier rüber, Killer. Jawohl. Ich muss ein paar neue Songs finden. Man könnte meinen, es gibt nur zwei Bands im ganzen Universum. Was? Hey? Hey, kannst du vielleicht erst hier mit rüber gehen? Er ist da. So, da. Ja, sprich hier an. Ich gucke dann nur gelevelt. Achso, ja. Er sagte Typhon de Leon. Ja. Unmöglich. Er ist seit Jahrzehnten verschollen, seit er geschworen hat, diesen legendären Plan... Negrotefeo! Maya hat mir Geschichten darüber erzählt. Abgebrochen? Was ist hier los? Pandora ist kein Planet. Es ist die große Kammer. Und Tyreen will das planetengroße Monster im Inneren aussaugen. Der Zerstörer. Er lebt noch. Das meinte Tyreen, als sie gesagt hat, sie würde beenden, was ich begonnen habe. Hier ist noch eine Kammer. Du solltest dich mal darin umsehen, Kammerjäger. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Dann... Gehen wir mal. In die große Kammer. Ich habe wieder keinen Countdown, den ich sehe. Ich auch nicht. Die ist aber dunkel. Es ist nicht die eigentliche große Kammer. Der pandoranische Schlüssel war lange im Besitz der Kalypsus. Sie hätten diese Kammer schon vor Jahren plündern können. Haben sie aber nicht. Vielleicht verbirgt sie keine Macht, sondern wissen... Aber das hörst du schon, ne? Oder? Okay. Ja. Sehr gut. Gut. Nichts da. Erstmal wird gelootet. Erstmal wird gelootet, dann wird geschootet. Na ja, so herausragende Waffen sind die, glaube ich, wir jetzt nicht. Ohne ja. Nein, mein Inventar ist wohl es gibt so nicht. Aber die geben Geld. Die geben Geld. Sie geben Kohle. Ohne Kohle. Weil ich mole. Die Jacobs ist hier nicht ganz so schlecht. Dafür bin ich noch Level zu klicken. Was? Was gibt's das? Kein Iridium. Ne, ich bin auch gerade so ein bisschen schockiert. Spiel hat echt nachgelassen. Oder bin ich noch zu klein für? Das Level. Boah, direkt mal eben markieren. Okay, die... Jetzt steht der... Ja, ich bin auch gerade direkt am markieren. Am markieren. Die will ich erstmal testen. Kann direkt... Müll. 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 Ich höre nochmal. Müll. Erstmal Stern. Müll. Und sie sang den Müll-Song. So wunderschön. Ja, ja, der Müll-Song. Erklang ganz schön. Es war der Müll-Song. Faze Müll-Song. Müll. Müll. Das ist echt lustig. Das ist echt lustig. Und die Meldung. Mö, 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 mö. Und die soll man nicht... Fähre schroten. So. Alles markiert. Ja. So. Und jetzt? Jetzt gehen wir mal wieder zurück, wo die Sauer. Sprich mit Tennis. Ich dachte, jetzt hätten wir irgendwie fette, mega Waffen hier gekriegt. Warum klatschst du jetzt in die Hand? Das ist echt nicht für Spaß. Bist du doof? Ja. Hör, sprich du die Tennis mal an. Sehr gut. Wenn du zur Sanctuary zurückkehrst, komm als erstes in meinem Labor vorbei. Ich denke, dieses Analysegerät könnte ein Teil des Rätsels sein, das ich zu lösen versuche. Alle zurück zum Schiff. Jawohl. Auch das. Und den Kammerjäger treffen, mit dem alles begann. Mission abgeschlossen. Große Kammer. Ja, tschüss. Ey. 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 Hab schon. Hi. Können wir erst mal verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Aber das mach ich dann in Zwischenfolgen, beziehungsweise in Zwischen der Folge. Und ich sag schon mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.